Du bist ein bisschen stärker geworden, freu mich für dich! Ja, er hat auch zwei Level zugenommen. Das klingt... Sieht man auch... Reine Muskelmasse, natürlich! Natürlich! Oh, er taubelt nicht! Da kann ich natürlich keine Muskelmasse reinsetzen! Wie war das bei den Zerafen mit der Muskel? Genauso wie bei den anderen, oder? Das war halt hier, es gab raus. Ich tue mein Bestes! Danke, danke! Du stößt wieder normal! Ich will! Komm, wir geben hier die Chance, es nochmal zu probieren! Wer will nicht? Ja, du musst dich dafür auch... Okay, heilen ist auch gut! Ich lenke ihn ab! Ich hatte nur noch drei! Ja, okay, ähm... Bro, wir geben hier nochmal die Chance, das ist ein Movie! Könntest du euch... Ich versuche hier abzulenken! Das habe ich jetzt von meiner Ablenkung gesagt. Ihr zählt einfach nicht! Weil mir dann ist es reduce��고 ich... Ganz ehrlich, er kam das gleich um, bevor ich es nochmal probieren kann! Er ruft, ich habe dich wieder frei auf... 3, 2... 1... OH GOD! Oh Gott! Schneller als ich auf Menü drücken kann, um die Objekte zu werfen. Ja, zumal ich amortisieren würde. Kann, da, da. Okay, diesmal hat er ein bisschen mehr Gegenwehr geleistet. Ein bisschen. Kommens, Team! Kommens, Team! Ich verstehe. Ich werde dir das letzte Mal geben. Ich werde dir das Buch zurückgeben. Ich werde dir zurück. Und zwar genau da. Wir haben auch minimal weniger Rang von ihm bekommen. Minimal. Ein bisschen. Wäre viel besser gegangen. Wenn wir nicht zweimal K.O. gewinnen. Richtig. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Ich werde dir das Buch. Und zwar. 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 Krieg mit Rose und schleich dich in die Burg. In der Reihenfolge, bitte. Aber wie wollen wir uns hineinschleichen? Macht es dir etwas aus, wenn wir uns zunächst die Stadt anschauen, bevor wir zur Burg gehen? Wenn wir uns schon hineinschleichen, können wir auch vorher das Gebiet gründlich erkunden. Krieg gut, Rose. Wir machen einen Plan. Dieser Plan besagt... Rose geht vor! Warte, dann werden wir ewig und drei Tage hier stehen bleiben und es wird nie wieder hell werden. Es war, ähm, also der Plan sagt, wir müssen erst wohin, damit Rose dann was macht, damit, ähm, ähm, boom. Damit wo Kraut am Straßenrand wächst. Okay, dann haben wir Rose mal hin, das klingt gut. Und Rose, schon irgendwelche Ideen? Rose, guck dich hier mal um. Ist es hier irgendwo schön? Kommen wir irgendwo lang? Ich hab was. Ich hab was. Danke. Mibu, hast du noch eine Idee, wenn wir in die Burg kommen? Nö. Aber ich könnte sie mit Einheitetrank bewerfen. Yay, randalieren vor der Burg. Ja, vielleicht kommen wir ins Gefängnis, wenn sie das nicht in der Burg ist. Stimmt. Dann bist du wieder bei Sergei. Und der lässt uns raus. Was kann um diese Zeit so wichtig sein? Ähm, ich bin der Hirte. Hör zu, heute Abend findet in der Burg eine Versammlung von Kirche und Rädern statt. Und der Hirte ist nicht dabei? Nein. Sind euch die Spannungen bewusst? Geht zurück, wo ihr noch immer ihr wohnt, bevor ihr in der Sabotage oder Schlimmeres verdächtigt werdet. Wie zum Beispiel das Einbrechenwollens als Assassinen-Gilde. Das sieht man keinem von uns an. Die Masken! Es waren die Masken! Da kommen wir auch gerade nicht rein. So, jetzt sollten wir uns die Stadt mal vorsichtig hören. Ja, schon noch ein bisschen Schäfer. Genau, 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 was? Ganz deiner Meinung, Schatz. Sweetheart, sollen wir mal gucken, ob hier... Ob der Bühnewehr rumsteht und uns sagen, wenn die Burg kommt. Müsste da nicht, äh... Nö. Ich weiß noch nicht was, aber nö. Also das Riesenkätzchen haben wir besiegt. Und der Hirte ist... Der falsche Hirte ist ja sowieso irgendwo unterwegs. Also das Riesenkätzchen haben wir zum kleinen Kätzchen geschlagen und in die Schreinkirche gesetzt. Eben. Stimmt. In der Schreinkirche war jetzt. Da hat irgendwer den Weg versperrt. Oh, nie! Das wissen wir wenigstens, dass dieser Weg versperrt ist. Lass uns in die kleine putzige Kirche. Nö, die ist nachts auch abgeschlossen. Wenn, wir sollten uns erst einmal vorsichtig alles ansehen. Jaja. Das ist tatsächlich jetzt mal untypisch für dich. Was? Du bist so weit, als es ging, von dem Plot weggelaufen, anstatt direkt zu ihm hin. Ich hab gedacht, ich renne jedes Mal auf der anderen Seite lang. Bisschen Abwechslung. Zur falschen Zeit. Ne, die lassen dich immer noch nicht rein. Bäh. Was wäre denn das auch für ein Assassinenauftrag, wenn du da einfach so reinmarschieren würdest? Ein sehr einfacher. Hallo, ich geh mal hier rein. Danke. Ich wollte nur wen umbringen. Ja, dann kommen sie rein. Ja, wenn mein Auftraggeber das nicht weiß, dass ich so einfach reingekommen bin, dann zahlt der mir vielleicht trotzdem den hohen Betrag. Er ist einfach reinspaziert. Der muss besonders gut sein. Ja, hör mal. Oh, man hat auch nichts gemacht. Lange nicht gesehen. Ich hab, was auf der Bühne geschaut. Du hast keine Aufmerksamkeit. Ich hab, was auf die Bühne geschaut. Ich hab, was auf der Bühne geschaut. Ich habe das sicher. Ich hab, das ist das Gefühl. Ich habe das. Hey! Ich frage mich ja ein bisschen, wie Rose Luna vorher gesehen hat. Eine gute Frage. Wie sieht der eigentlich aus? Also hinter seiner Helion-Erscheinung. Ich drücke nicht. Ich drücke. Okay. Das ist immer schön. Ich versuchte ihn anzugreifen und während ich in der Luft bin, um zu unterschneiden, einfach Rose eingetüft und auch ihn weg. Ich muss sehen, wie soll das eigentlich nach vorne laufen? Luna, was machst du denn? Da ist ja einer wie Tuffer. Was? Also ich sage es mal so, Luna kann sich glücklich schätzen, dass wir gerade keine höchste Schuhe haben können. Echt nicht, dass wir noch von soviet ausgepowert sind? Guck mal. Wir stehen aufrecht. Wir stehen aufrecht. Wir stehen aufrecht. Wir stehen aufrecht! Oh, was ist das? Oh, es sind nur drei. Es sind nur drei Lunars und die sind noch schwächer als das Original. So. So. Der erste kommt weg. Ja klar, der scheint ja auch direkt vor Rose und mir ab. Das war der zweite. Und das ist der dritte. Nummer drei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, so schnell weh. Dann müssen wir die Kitsune weg. Bist du, wie sie mit dem Kitsune wegzuhren? Oh, meine Frau. Das sind die Unterricht der Kitsune, die für Sie hierher nahmen. Und dann müssen Sie diese Schuhe? Wannak? Wannak? Lunar. Wir sind von einer guten Freundin. Keine gute Freundin? Ich glaube nicht. Wir haben nochmal eine Nummer besser. Hm, stört keiner mehr hier, mich aufzuhalten. Wo es keine Heliontermine ist, das bedeutet das so, ey. Luna digitiert zu... Unbekannter Person? Die wir schon mal irgendwo haben sitzen sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das war eine große Herausforderung. Meine Frau, das war sehr gut. Wenn ich mich als Zohau erinnere mich, dann kann ich mich auch erinnern. Was? Das ist... Ich habe mich gebetet. Ich habe mich gebetet, oder? Wir sind alle. Wait, Dessel! Das ist kein Hyoma! Das ist egal! Ich bin der K.R.! Ich bin der K.R. mit den Wälder, und mich die Räume der K.R. mit den Wälder zu verletzen. Was sagt der K.R.? Oh? Er hat noch nie gesagt, dass diese Frau nicht mehr in der K.R.? Gut, in der echt gut ist. Das ist die beste O-Ton-Date. Das ist ein Wettbewerb. Aber sie haben sich in der Zeit verletzert. Und so haben sie das Leben des Verletzungssystems für die Schäufe des Verletzungssystems. Und sie haben sich in den Hörschlussgriffen die Khm-I-Kamui-Kamui-Kamui-Kamui-Kamui-Kamui-Kamui-Kamui-Kamui-Kamui-Kamui. Und sie haben sich immer wieder mit ihnen überrascht und es hat euch überrascht. Geht? Zunderbacht! Scheinbar kann er es aber nicht nach hinten angreifen. Richtig! Das ist seine große Schwachstelle! Dann drehen wir das ganze Klampe doch mal ein bisschen. Es war auch schon eine Sekunde, wenn ich hinter ihm stimmelte. Das war's für mich. Wir werden nicht in den Klampe. um um zu werden mit ihr und gegen ganz ganz viele ich weiß es nur nicht wer wer ist ein erster der spiel anzeiten aus der Ich wollte gerade sagen. Mal gucken, was kann ich denn alles? Das war schönes, das war schönes, das war schönes, das war schönes, das war schönes. Ja, das hat es voll toll und so. Also anziehen. Da kommt ja schon wieder einer. Genau, da kommt noch einer. Wie hat er gerade gesagt? Das ist ihre Fähigkeit, geh los hier unten. Ich kann gerade nicht mitlesen, was erzählt sie? Sie kann die Kraft des Haupthelders gar nicht auf Dazzle ausüben, weil der seinen Pakt bekommen hat. Also kann sie ihn nicht aufhalten. Es gibt etwas, was du wissen solltest, Hirte. Zeig dir welches Unheil. Da wögel. Zu mir vor, dass du. Da, umdreig. Da, umdreig, dich zu fern. Nr, das ist, das ist. Da, das ist das ist. Das ist das, das ist das, das zu veröffentlichen Kraft. Ich versuche ihn, unser Leutvers, und glaube ich, dass alles unter anderem. Das ist das, was überhaupt nicht auf die Zeit war. Das ist, was aber ein junger Mensch. Das ist eine Menge, das ist der Grund, der Fähigkeit für die Menschen. Das war schön synchron. Schön synchron die Kontrolle weggelegt. Sehr gut. Ach, du hast dein Klamottenstil übernommen. Warum eigentlich? Du siehst doch eh nichts. Was wäre, wenn dich jemand mit der Farbe betuppt hat? Ich bin ein grünes Heavy-Ton. Oh-oh-oh. Das war's für mich. Werden Sie? Du bist so schön. Du bist so schön. Warum hast du so viel Zeit gemacht? Warum hast du so viel Zeit gemacht? Es ist gut. Wir haben einen Schaden, der unterteilt wurde... Was ist das, was wir Sie? Ehring. T腿 sind hier! Wir haben einen Bühnen. Wir haben... Was denn das? Der Vöhr-Würfels. Der Vöhr-Bereich. Der Vöhr-Würfels. Der Vöhr-Würfels. Die Töten haben den Pendraht. Das ist für die Töten. Ich bin der Fall, dass ihr alle alle geholfen. Ich verstehe, nicht? Die Konan-Konan hat Hjohma-Konan gebetet und erinnert, dass ich mich nicht verletzen wollte. Und ich verstehe, dass die Konan-Konan von Hjohma-Konan wurde. Ich verstehe, dass ich ihn nicht verletzen kann. Wer ist denn? Nein, die will lieber den Hirten töten, äh, heiraten. Den töten wollen sie auch mal. Oh, das ist das... Gehen Sie! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die hatte im Synchronstudio auch her Spaß. Ja. Aber sowas war. Ich habe alles gedacht. Das war's für mich. Ja. 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 Ich meine, ich bin hier schon mal sicher. Richtig. Wir könnten das ausharren. Gut, ich komm mal eben zurück. Wir hoffen, das ist ein guter Plan. Sonst muss ich mich wieder vorbei. Da sind wir jetzt auf der falschen Stelle. Wir haben die Bühne unten. Ich hab den Kopf festgewachsen. Wir haben noch eine schöne Kugel da. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Der Lügepunkt war der Schl infected. Ich muss noches? Das ist einfach eine Art und behörde. Das kommt am Ende des Kussens. Das kommt am Ende des Kussens. Ich kann das St memberieren. Ich werde nur noch einen Schwerpunkt verletzen. Ich werde das nicht. Ich werde nicht mehr Zeit für mich, oder Lose. Ich weiß nicht. Tetzel! Tetzel! L1 ARD Text im Auftrag von Funk So hang your head and let it fade away Away